Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem AT-Kanal im Internet. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. Hier in diesem Video habe ich einen Rechner. Da habe ich drei Betriebssysteme gleichzeitig auf einer SSD hier drüben installiert. Einmal Windows XP, einmal Windows 7 und dann Windows 10. Also die Platte ist geteilt in drei Partitionen und da laufen diese drei Betriebssysteme. Das kann ich mir beim Start aussuchen. Da habe ich die Möglichkeit nach dem Einschalten des Rechners hier dieses Menü mir anzeigen zu lassen. Und da kann ich hier Windows XP starten, Windows 7 oder Windows 10. Und da zeige ich in dem Video jetzt mal, wie man das einrichtet. Und da braucht man keine extra Software dazu, da braucht man nur das Windows XP. Und dann braucht man Windows 7 und Windows 10 am besten dann von einem USB-Stick. Und dann richtet Microsoft so ein Menü ganz automatisch ein. Hier das ist mein PC, wo das drauf installiert ist. Das ist ein Intel Core 2 Duo und ich schalte den einfach ein. Der Rechner bootet und zeigt in jedem Fall zuerst dieses Menü an. Das hier ist das BIOS von meinem Rechner. Das wird immer angezeigt. Das ist von PC zu PC verschieden. Manchmal steht hier auch nur ARMY BIOS oder irgendein anderes Boot Logo wird da angezeigt. Und hier ist es eben so, dass dieses Fenster ganz kurz angezeigt wird. Hat aber mit dem Windows XP nichts zu tun. Hier habe ich jetzt mein Menü und hier oben steht dann Windows 10 wird in 24 Sekunden automatisch ausgeführt. Und hier kann ich mit den Pfeiltasten, Pfeiltaste hoch, Pfeiltaste runter, das Betriebssystem auswählen. Ich nehme zuerst mal Windows 10 und das bootet hier auch sehr schnell. Und da kann ich ganz normal mit Windows 10 arbeiten. Wenn ich jetzt das Windows XP oder Windows 7 starten möchte, klicke ich hier auf neu starten. Und der Rechner bootet neu, zeigt wieder das Menü an und ich suche mir das entsprechende Betriebssystem aus. Jetzt wird das Menü wieder geladen und man sieht schon, das Menü ist Teil von Windows 10. Und hier habe ich oben Windows 10. Jetzt möchte ich Windows 7 starten, drücke die Eingabetaste. Der Rechner startet einmal komplett neu, weil Windows 10 jetzt hier den Bootsektor der Platte verändert hat. Und jetzt startet der Rechner Windows 7. Da sieht man natürlich hier schon, dass hier Windows 7 geladen wird. Und das wird von der anderen Partition geladen. Wie genau, das zeige ich dann gleich nochmal. Da macht es irgendwelche Updates im Hintergrund. So kennt man das bei Windows 7. Windows 7 ist gestartet und da habe ich auch alle Menüs, alle Programme. Das ist also natives Windows 7. Das ist keine Emulation, sondern das läuft jetzt als Betriebssystem auf dem Prozessor drauf. Ich starte mal wieder neu und starte Windows XP. Hier wieder mein Menü und ich gehe hier auf Windows XP mit den Pfeiltasten und drücke Eingabe und dann wird Windows XP gestartet. Der Rechner wird dabei komplett neu gestartet, weil wie gesagt Windows 10 auch hier Änderungen am Bootsektor vornimmt. Und jetzt sieht man das Bootlogo von Windows XP und da startet es jetzt auch. Und Windows XP läuft auch hier auf dem Rechner komplett nativ. Also keine Emulation, keine Virtualisierung. Das läuft als alleiniges Betriebssystem jetzt und ich gucke mir mal die Festplatte an. Ich starte mal den Explorer, den Dateiexplorer in Windows XP und da kann ich mir mal die Platte angucken. Und hier drüben sieht man auf der rechten Seite, hier sind drei Partitionen drauf. C, E und F und das Laufwerk D ist das optische Laufwerk, also in dem Fall ein DVD Laufwerk. Und ich habe meine SSD partitioniert in ungefähr 58 GB, 78, 86. Das kann man ganz variabel gestalten und Laufwerk C ist immer das aktuelle Betriebssystem. Ich klicke hier mal drauf, in meinem Fall das Windows XP. Wozu braucht man so ein Multi-Boot System? Wenn man zwei Systeme hat, wird es auch gerne als Dual-Boot System genannt. Das ist ganz einfach, wenn man noch alte Software hat, die nativ auf einem bestimmten Betriebssystem läuft, wie hier solche Spiele. Das habe ich hier installiert. Dann kann man sich einen Rechner so einrichten, dass auf dem Rechner mehrere Betriebssysteme von Microsoft in diesem Fall laufen. Und man kann das Spiel hier installieren und es läuft wirklich ganz einwandfrei, obwohl es unter Windows 7 und Windows 10 nicht laufen würde. Wenn ihr jetzt sagt, Windows XP brauche ich nicht, ich brauche nur Windows 7 und Windows 10, dann könnt ihr euch das Video anschauen und lasst das Windows XP einfach weg. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich brauche Windows Vista und Windows 7 und Windows 10, dann könnt ihr zum Beispiel das XP auch einfach ersetzen hier in diesem Video durch Windows Vista. Dann funktioniert das auch. Die Vorgehensweise, die ich gleich zeige, ist die gleiche. Und wenn ihr zum Beispiel sagt, ich brauche nur Windows XP und Windows 10, dann geht es auch. Dann lasst ihr das Windows 7 einfach weg. Ganz wichtig ist bei Microsoft immer nur, dass man das älteste Betriebssystem zuerst installiert. Was man dafür braucht, ist eigentlich ganz klar, ganz einfach die entsprechenden Betriebssysteme. Hier habe ich noch ein Windows 7 und da habe ich auch hier hinten Lizenz Key drauf. Den brauche ich natürlich. Das muss aktiviert werden. Das gleiche gilt hier für Microsoft Windows XP. Da habe ich hier die Original CD und hier guckt noch der Lizenz Key raus. Das muss man auch aktivieren. Und bei Windows 10 hat man ja meistens für seinen Rechner eine digitale Lizenz. Das habe ich hier auf dem USB-Stick. Oder man kann natürlich auch das Windows 7 oder das Windows Vista auf dem USB-Stick machen und kann dann von dem USB-Stick aus das auf dem Rechner installieren. Eine andere Voraussetzung ist natürlich auch, dass der Rechner Windows 7, Windows 10, Windows Vista, Windows XP kompatibel ist. Also es muss da Vertreiber geben. Hier bei dem Rechner, das ist wirklich praktisch. Der ist ungefähr so aus dem Jahr 2009, 2010. Da wurden die verkauft und hergestellt. Das ist ja ein Rechner kennen bestimmt viele aus einem anderen Video. Den hat ein Zuschauer gespendet. Das ist ein BTX-PC von Fujitsu. Die werden natürlich so in der Form nicht mehr hergestellt. Aber dieser PC wird offiziell auf der Seite von Fujitsu noch mit Treibern für Windows XP unterstützt und auch für Windows Vista und für Windows 7. Und Windows 10 läuft aber trotzdem auch hier sehr gut drauf, wie man eben gesehen hat. Und das ist natürlich immer die Voraussetzung, dass so ein Rechner für das jeweilige Betriebssystem kompatibel ist und dass man entweder alle Treiber vorher runtergeladen hat oder sich nachher runterlädt und dass es diese Treiber überhaupt gibt. Die drei Betriebssysteme, die hier drauf laufen, die habe ich hier installiert auf eine SSD. SSD ist natürlich wirklich das Idealste. Die ist super schnell. Da geht es am schnellsten auch das Installieren und nachher das booten sowieso. Und hier oben habe ich noch eine Festplatte, die war im Original drin und ich fahre den Rechner jetzt runter und klemme hier die Kabel ab, stecke die hier oben drauf und zeige mal, wie das hier funktioniert. Prinzipiell ist es ganz egal, ob es jetzt eine SSD ist oder eine Festplatte. Das Installieren klappt auf beiden Medien. So, zuerst mal den Rechner runterfahren und ausschalten und dann stecke ich gleich die Kabel hier um zu der Festplatte und dann schaue ich mal im BIOS. Und noch das Stromkabel umstecken und jetzt ist die Festplatte angeschlossen und die SSD ist jetzt deaktiviert. Ich habe den PC jetzt eingeschaltet und gehe zuerst mal ins BIOS. Das ist immer ganz unterschiedlich. Bei dem Rechner geht es mit der F2-Taste manchmal mit Entfernen, manchmal ist es auch Escape. Oder guckt mal, wenn ihr ein Notebook habt, da gibt es noch andere Möglichkeiten. Blende ich hier oben mal ein in dem Kanal. Da gucke ich mir zuerst den Rechner hier mal an, ob der und wie der die Betriebssysteme unterstützt. Wenn euer Rechner UEFI hat, dann müsst ihr das abschalten. Windows XP unterstützt das nicht. Und hier dieser Rechner hat es nicht. Der ist noch aus der normalen BIOS-Zeit und das ist ganz praktisch. Da ist das eigentlich am kompatibelsten. Und ich gucke hier mal bei Boot-Features, was hier die Boot-Optionen sind. Hier habe ich ein Boot-Menü bei diesem Rechner. Das erlaubt mir nach dem Einschalten auf F12 zu drücken und da kann ich dann mein Boot-Medium auswählen. Das ist beim Installieren von Betriebssystemen natürlich sehr praktisch. Das sollte eingeschaltet werden, genauso wie es hier zu sehen ist. Und ich schaue hier nochmal nach den Controllern, nach den Displays. Das ist alles soweit okay. Und hier gibt es noch einen kritischen Punkt für Windows XP ganz im Speziellen. Das ist SATA AHCI. Das ist hier eingeschaltet. Wenn ihr nur Windows Vista installieren wollt, Windows 7 oder Windows 10, dann kann AHCI immer eingeschaltet sein. Wenn ihr von der Original-Windows XP CD bootet und dann kommt das mit AHCI normalerweise nicht zurecht. Da muss man hier auf Disabled gehen. Ich lasse es hier eingeschaltet, weil ich habe mir schon eine eigene CD mit AHCI-Treiber für Windows XP erstellt. Das hier ist meine Original-Windows XP CD, so wie die millionenfach hergestellt und vertrieben wurde. Hier ist das Service Pack 2 drauf und auch mit Service Pack 3 funktioniert es nicht. Und hier habe ich mir eine eigene Boot-CD erstellt. Da wurden diese AHCI-Treiber migriert. Diese AHCI-Treiber, wenn ihr Windows XP installiert, dann findet ihr die bei der Webseite von dem Hersteller von eurem Main-Bout oder eben dann von dem PC. Um so ein Multi-Boot-System zu erstellen, muss man die Betriebssysteme durchsortieren nach Alter. In meinem Fall ist Windows XP das älteste Betriebssystem. Danach kam Windows 7 raus und dann hier Windows 10. Da habe ich hier diesen Media Creation Tool USB Installations-Stick für Windows 10 erstellt. Und den mache ich dann als letztes drauf. Also ich muss zuerst Windows XP installieren, dann Windows 7, dann Windows 10. Wenn, wie gesagt, ihr Windows Vista installieren wollt und kein XP, dann zuerst Windows Vista. Und dazu muss natürlich der Datenträger, also hier meine Platte, komplett leer sein. Da dürfen keine Daten und Partitionen mehr drauf sein. Und da boote ich in dem Fall jetzt hier zuerst mal vom Windows 10 USB Stick und lösche mal die Platte. Das geht hier mit am einfachsten. Den Windows 10 Stick hier reinstecken und dann starte ich den Rechner neu und boote hier drüben von dem Stick. Ich kann ja hier bei mir auf F12 drücken und dann boote der gleich von dem Stick. Hier habe ich mein Menü und da habe ich einmal das DVD-Laufwerk, möchte ich nicht vom Booten. Dann habe ich hier eine Festplatte, möchte ich nicht vom Booten. Und hier mein USB Stick und da möchte ich vom Booten und lade jetzt erstmal das Programm zum Löschen der Platte. Das geht sehr schnell. Hier ist jetzt mein Windows 10 Setup, aber ich will es gar nicht installieren, sondern ich möchte die Platte hiermit jetzt löschen mit diesem Clean-Befehl. Und ich drücke auf die Tastenkombination Shift und dann F10 und hier kriege ich die Eingabeaufforderung. Da tippe ich hier den Befehl Diskpart ein und dann wird von diesem USB-Stick im Programm nachgeladen. Mit dem kann ich die Festplatten oder andere Datenträger partitionieren oder komplett löschen. Und jetzt ist es hier gestartet, steht Diskpart. Tippe ich ein List Disk und zeigt mir alle Datenträger an, die hier in diesem Rechner angeschlossen sind. Das sind natürlich zwei Stück. Einmal die Festplatte mit 150 GB und der USB-Stick. Und da nehme ich jetzt hier oder wähle aus die Festplatte Select Disk 0. Da kann ich mir nochmal angucken, welche Partitionen hier drauf sind. Und das sind zwei, die auf meiner Platte drauf sind. Und ich möchte die Platte aber komplett löschen. Da tippe ich den Clean-Befehl ein. Also einfach nur Clean. Und dann hört man bei Platten meistens so ein leichtes Geräusch daraus, wie sich der Kopf bewegt. Jetzt ist die Platte komplett leer. Und da steht der Datenträger wohl bereinigt. Und dann kann ich das Ganze hier verlassen mit Exit Exit und kann die Installation hier abbrechen. Und starte den Rechner neu. Diesmal aber mit der Windows XP CD. Den USB-Stick ziehe ich hier raus. Den brauche ich jetzt erstmal nicht mehr und lege hier meine CD ein. Entweder meine selbst gebrannte XP CD mit dem Treiber oder je nachdem welchen Rechner ihr habt, dann die Original-CD. Und hier habe ich hier mein Bootmenü aufgehoben. Ist ja praktisch bei dem Rechner. Da kann ich jetzt gleich von der CD booten. Kann ich mir hier aussuchen. Muss mal ein bisschen warten, bis er die CD auch erkannt hat. Bei optischen Laufwerken dauert es immer so ein paar Sekunden. Und jetzt boot ich mein Windows XP von der CD. Und muss die Platte erstmal partitionieren. Windows XP ist fertig erstmal mit booten und hat jetzt hier das Setup. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Schritt bei einem Multi-Boot-System. Und zwar das Einrichten von Partitionen. Meine Platte, die hat hier nur 160 GB. Reicht aber natürlich vollkommen für sowas. Und das ist jetzt komplett unpartitioniert dieser Bereich. Und das steht hier auch unpartitionierter Bereich. 160 GB ungefähr. Und jetzt muss ich eine Partition erstellen mit Windows XP. Und jedes dieser Betriebssysteme Windows 7, Windows 10, Windows XP braucht eine eigene Partition. Deswegen teile ich jetzt einfach mal die Zahl da hinten durch 3 und erstelle eine 50 GB Partition. Bei Windows XP geht das hier mit der E-Taste und da tippe ich jetzt hier eine 50 GB Partition ein. Das ist ungefähr so ein Drittel. Und die anderen zwei Drittel, die sind dann frei. Später für Windows 7 und Windows 10. Und da werde ich diesen Bereich dann auch noch mal teilen, dass jedes Betriebssystem ungefähr so 50 GB an der C-Partition hat. Mehr brauche ich auch jetzt hier nicht zu machen. Und ich drücke die Eingabe-Taste und sage hier schnell formatieren. Und nehme einfach die Option, die Windows XP hier vorgibt. Mehr brauche ich da gar nicht zu machen. Und jetzt werden die Dateien von der CD auf die Platte kopiert und Windows XP installiert sich. Diesen Rechner, den hatte ich ja gespendet bekommen von einem Zuschauer. Da nochmal vielen Dank. Und der hat den Vorteil, dass der so aus dem Jahr 2009 in etwa ist. Also so aus der Endphase von Windows XP. Damals konnte man auch immer noch Rechner kaufen, wo Windows XP drauf war. Je nachdem für was man das gebraucht hat. Gerade eben für Büroanwendungen hatten damals viele noch XP Rechner gekauft, die noch alte Software hatten. Und insofern habe ich hier einen Rechner, der sehr schnell ist bei Windows XP und normal schnell bei Windows 7. Für Windows 10 ist er natürlich ein bisschen langsam. Da ist er jetzt zehn Jahre fast alt. Und da gibt es natürlich schnellere Geräte. Aber funktioniert hier trotzdem alles. Windows XP sehr schnell. Windows 7 sozusagen mit normaler Geschwindigkeit. Windows 10 ein bisschen langsamer, als man das gerne hätte. Aber dafür ist er 100% kompatibel mit allen drei Betriebssystemen. Und darauf kommt es eben auch an. Windows XP ist fertig mit dem ersten Teil der Installation. Hat den Rechner neu gestartet und hat hier von der Festplatte gebootet. Das ist kein Problem. Ist ja auch nichts anderes drauf als Windows XP. Und jetzt kopiert es im weiteren Verlauf die anderen Daten von der DVD. In meinem Fall ist es eine DVD. Das geht übrigens auch. Also wenn man eine Migrations-CD, Installations-CD erstellt, kann man die auf CD brennen oder auf DVD. In dem Fall waren die Daten so viel, dass es nicht mehr auf eine CD gepasst hat. Und mein Windows XP bootet hier von der DVD. Das geht. Und jetzt kopiert es die restlichen Daten eben hier auf die Platte. Und ja, macht eine ganz saubere Installation mit Windows XP. Und fertig ist die Installation von Windows XP. Man muss nur noch einen Benutzer anlegen. Und ja, schon ist es fertig. Ich gucke mal, wie die Platte aussieht. Was für Partitionen da drauf sind. Was natürlich jetzt noch fehlt, sind die Treiber. Die muss man natürlich nachinstallieren. Und jetzt habe ich hier einen Datenträger C. Also das Bootlaufwerk. Das hat ungefähr 50 GB und 100 GB. In meinem Fall von meiner Platte sind noch frei. Die Treiber installiere ich hier später. Die CD habe ich hier schon rausgenommen. Und ich fahre den Rechner runter. Schalte ihn also aus. CD brauche ich nicht mehr. Das Windows 7, das installiere ich von einem USB-Stick. Da habe ich mir einen entsprechenden USB-Stick erstellt. Da nehme ich hier nicht die CD. Und da kommt jetzt der USB-Stick rein. Wieder einschalten und mein Bootmenü aufrufen. Der Bildschirm, der ist hier hinten wie gesagt blau. Dann ist dieses schwarze Fenster. Das hat nichts mit Windows XP, Windows 7 oder Windows 10 zu tun. Das liegt einzig und allein hier am BIOS von dem PC. Also bei euch kann das ganz anders aussehen. Und jetzt kann ich wieder booten. Entweder von meinem Kingston USB-Stick, von meiner Festplatte oder meinem CD-ROM-Laufwerk. Da liegt ja nichts drin. Hier würde ich Windows XP booten, brauche ich nicht. Und ich boot jetzt hier von dem USB-Stick. Jetzt ist das Windows 7 Setup von dem USB-Stick gestartet. Sieht ganz normal aus, wie immer. Und ich mache auch nichts besonderes. Klick auf Weiter. Klick auf jetzt installieren. Setup wird gestartet und gleich kann ich mir hier meine Festplatte anschauen. Hier akzeptiere ich noch die Lizenzbedingungen. Klick hier unten auf Benutzer definiert, so wie man das meistens macht. Und sehe hier meine Festplatte, so wie ich die eingerichtet habe. Hier Datenträger 0 Partition 1. Ungefähr 50 GB. Da ist Windows XP drin. Ich klick auf nicht zugewiesener Speicherplatz. Laufwerksoption. Klick auf Neu und richte mir wieder eine Partition ein. Mit ungefähr 50 GB. Klick auf Übernehmen. Und da installiere ich die jetzt rein. Datenträger 0 Partition 2. Klick auf Weiter. Und jetzt installiert sich Windows 7 in diese zweite Partition. Man sieht da schon, da muss auch nichts Spezielles gemacht werden. Das macht Windows alles automatisch und das funktioniert eigentlich meine Erfahrung noch auch immer sehr gut. Windows 7 wird gleich die erste Partition erkennen mit dem Windows XP drauf und automatisch ein Menü einblenden, dass ich mir mein Betriebssystem beim Einschalten aussuchen kann. Und ich habe beide Betriebssysteme ganz normal installiert, ohne irgendwelche speziellen Optionen. Und das ist auch ein ganz normaler USB-Installationsstick. Und auf meiner Windows XP CD, da war auch alles so wie auf der Original-CD. Nur dieser ARCI-Treiber hier für meinen Controller, der war da noch mit drauf. Aber ansonsten gibt es da keine Tricks. Windows 7 ist jetzt fast fertig mit der Installation, hat auch den Rechner mal neu gestartet. Und da sieht man, hat auch direkt die Grafikkarte erkannt, den richtigen Treiber installiert und startet nochmal neu. Ja, und dann ist es schon fertig installiert, das Windows 7. Der Rechner wurde neu gestartet von Windows 7 nach dem letzten Installieren. Und jetzt habe ich hier ein Bootmenü. Das sieht schon mal so ähnlich aus, wie das, was man am Anfang vom Video gesehen hat. Und das ist das Bootmenü von Windows 7. Und hier habe ich zwei Möglichkeiten. Frühere Windows-Version oder Windows 7 kann ich hier aufrufen. Und da klicke ich auf Windows 7, drücke die Eingabetaste und dann startet Windows 7. Und dann kontrolliere ich mal die Installation. Ich öffne mal den Explorer, gucke mir mal den Rechner an. Installation ist fertig. Und so wie das scheint, hat Windows 7 hier auch ganz toll alle Treiber eingerichtet. Und ich sehe jetzt hier einen lokalen Datenträger C und D und das sind jeweils immer so 50 Gigabyte. Klicke ich mal drauf. Und das ist jetzt lokale Datenträger C, die zweite Partition, die ich erzeugt habe. Also die Windows 7 Installation. Und das nenne ich mal hier Windows 7. Lege ich einfach einen Ordner drauf an, dann kann ich das später leichter zuordnen. Und hier der Datenträger D, da sieht man dann, das ist hier Windows XP. Da kann ich auch von Windows 7 aus drauf zugreifen. Ich lege hier mal einen Ordner an, den nenne ich Windows XP. Da kann ich die später leichter auseinanderhalten, die Partitionen. Da habe ich hier C, Windows 7, D, Windows XP und das ändert sich natürlich, wenn ich Windows XP starte. Jetzt soll noch Windows 10 installiert werden. Ich nehme den Windows 7 USB-Stick mal raus und stecke den Bootstick rein für Windows 10. Schalte den Rechner wieder ein und boote wieder von dem USB-Stick, von dem Windows 10 USB-Stick diesmal. Und installiere einfach Windows 10 in den freien Speicherplatz von der Festplatte. Hier der Toshiba USB-Stick, von dem wird jetzt gebootet. Und Windows 10 boot ganz normal. Und das ist auch ein ganz normaler Windows 10 USB-Installationsstick, wie man sich den mit dem Media Creation Tool erstellen kann. Da wurde auch nichts drauf verändert. Windows 10 hat jetzt hier das Setup aufgerufen. Da klicke ich auf Weiter, auf Jetzt installieren. Von diesem Punkt aus hatte ich ja vorhin die Platte gelöscht. Das möchte ich natürlich jetzt nicht mehr machen. Windows XP hat ja eine eigene Partition. Windows 7 hat eine eigene Partition. Und ungefähr 50 GB müssten von der Platte jetzt noch frei sein. Und da installiere ich Windows 10 Professional. Da hat der Rechner eine Lizenz für. Und ich akzeptiere die Bestätigung, diese Lizenzvereinbarung. Und dann hier Benutzer definiert nur Windows installieren. Genau das mache ich. Und jetzt sehe ich hier, ich habe zwei Partitionen. Laufwerk 0, Partition 1, Laufwerk 0, Partition 2, also Windows XP, Windows 7. Und hier in diesem freien, nicht zu gewiesenen Speicherplatz, da installiere ich jetzt Windows 10 rein. Klicke ich einfach drauf. Ich nehme einfach den ganzen Platz, der noch frei ist. Klicke auf Weiter. Ja, und schon installiert sich Windows 10 und legt ein Bootmenü ganz automatisch an. Windows 10 hat sich jetzt die ganze Zeit installiert, hat den Rechner einmal neu gestartet. Das ist jetzt nicht im Video zu sehen. Und jetzt ist es scheinbar so gut wie fertig und hat automatisch dieses Menü hier angelegt. Da habe ich einmal Windows 10, dann frühere Windows Version. Das ist das Windows XP. Das war es wohl nicht unbedingt in der Lage, richtig zu erkennen. Und Windows 7 hat es aber richtig erkannt. Und jetzt kann ich mir mein Betriebssystem aussuchen. Und ich probiere Windows 10 mal aus. Windows 10 ist jetzt fertig installiert. Ich habe noch die üblichen Einstellungen vorgenommen und eingegeben. Hier wie Benutzername, Passwort und so weiter. Und ich werfe mal den USB-Stick aus. Den brauche ich nicht mehr. Und gucke mir hier mal die Platte an, wie die aussieht. Da habe ich jetzt ein Laufwerk C, D und E. Die sind ungefähr alle gleich groß. Und ich schaue mir mal das Laufwerk C an. Und hier ist also kein Ordner. Also ist das jetzt Windows 10. Da lege ich einfach einen Ordner an. Den nenne ich Windows 10. Und dann schaue ich mal nach den anderen beiden Laufwerken. Dann habe ich noch D. Da klicke ich drauf. Das ist jetzt hier bei mir Windows XP. Und F ist Windows 7. Und das ist sehr praktisch. Jetzt kann ich mir zum Beispiel hier Treiber runterladen in Windows 10. Und wenn ich die runtergeladen habe für Windows 7 oder für Windows XP, dann kann ich die einfach hier in das entsprechende Verzeichnis auf dem entsprechenden Laufwerk verschieben. Kann es dann neu starten und brauche dann zum Beispiel mit Windows XP nicht online zu gehen. Jetzt kommt der alles entscheidende Moment. Dieses Bootmenü. Ich gucke mal hier. Neu starten. Starte den Rechner mal neu. Und da sollte alles so eingerichtet sein, wie man das am Anfang vom Video gesehen hat, ohne dass ich irgendwas speziell installiert hätte oder irgendwas eingerichtet hätte. Das hat Windows 10 jetzt alles automatisch gemacht. Da bootet der Rechner jetzt neu. Startet also neu und lädt zuerst das Menü von der Platte. Das Menü ist in Windows 10 integriert. Deswegen kommt hier auch das Windows 10 Boot Logo. Das ist ganz normal. Und dieses Anzeigen von dem Menü, das dauert manchmal ein bisschen länger. Manchmal ist es sofort da. Je nachdem wie Windows 10 sich fertig installiert hat. Das ist hier noch nicht fertig installiert. Man muss noch die ganzen Treiber runterladen. Das ist hier noch nicht passiert. Da muss man online zu gehen. Und wenn man die ganzen Treiber installiert hat, dann wird dieses Menü auch aus irgendeinem Grund schneller angezeigt. Und hier dauert es jetzt ein bisschen länger. Ist aber ganz normal und da ist es schon. Und in 23 Sekunden wird Windows 10 automatisch gestartet. Und ich starte hier mal die frühere Windows Version, also Windows XP. Da sieht man jetzt das Windows XP Logo. Und da kommt auch schon der Mauszeiger und das geht wirklich sehr schnell. Da merkt man schon, dass der Rechner ungefähr neun Jahre später auf den Markt kam als Windows XP. Und ich öffne mal den Dateiexplorer. Gucken wir mal Laufwerk C an. Das ist hier mein Laufwerk C von Windows XP. Hier ist der Ordner. Über den Ordner oder über die Ordner kann ich das leicht identifizieren. Und hier habe ich E. Das ist Windows 7. Und auf F ist Windows 10. Und die Buchstaben, die vertauschen sich immer, je nachdem welches Betriebssystem ich starte. Und ich starte jetzt mal Windows 7. Rechner neu gestartet. Bootmenü ist wieder da. Windows 10, frühere Windows Version, also Windows XP. Hier unten Windows 7. Ich drücke Eingabe. Und Windows 7 startet jetzt. Und da gucke ich auch gleich mal, wie die Laufwerksbuchstaben da anders verteilt wurden. Den Dateiexplorer starten. Und da habe ich jetzt auch in Windows 7 drei Buchstaben. Laufwerk C ist hier Windows 7. Laufwerk D ist Windows XP. Und Laufwerk F ist Windows 10. Und dadurch, dass ich eben diese Ordner hier angelegt habe, kann ich das spielend leicht unterscheiden. Und kann hier auch Daten hin und her schieben zwischen den einzelnen Installationen. Man kann natürlich auch die Namen in den Bootmenüs ändern. Da rufe ich mal den Kommandozeilen Interpreter als Administrator auf. Und kann hier den Befehl BCD Edit oder BCD Edit benutzen. Und da kann ich mir das Menü anschauen und die Einträge umbenennen. Dieses Programm BCD Edit zeigt also den Start Manager an oder dieses Menü, was man am Anfang gesehen hat. Und da sieht man hier einmal den Windows Start Manager, den Boot Manager. Da brauche ich aber nichts zu ändern. Und dann habe ich hier meine drei Einträge. Einmal hier die frühere Windows Version, mein Windows XP. Dann habe ich hier Windows 10 ist hier zu sehen. Und hier unten Windows 7. Und diese Namen, die kann ich auch ganz leicht ändern. Um den Namen zu ändern von früherer Windows Version zu Windows XP oder irgendwas anderes, tippt man hier ein BCD Edit Schräg 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 Set und dann hier diese GUID. Das ist in dem Fall jetzt hier der NT Loader, NT LDA für Windows XP Description. Und dann Windows XP in Anführungszeichen drücke ich auf Eingabe und dann ist es verändert. Ich kann das nochmal prüfen und so sieht das dann aus. Und dann steht hier oben jetzt Windows XP und ich boot's einfach nochmal neu. Der Rechner startet neu. Gleich wird das neue Menü angezeigt mit dem neuen Windows XP Namen. Und da darf man sich eben nicht verwirren lassen durch dieses Windows 10 Logo, weil Windows 10 ist ja das letzte Betriebsthema, was installiert wurde. Und das hat jetzt sozusagen die Kontrolle über die Partitionen da übernommen und blendet eben hier dieses Menü ein. Und ja, jetzt hat es geklappt. Da habe ich Windows 10, Windows XP, Windows 7 und so kann ich natürlich auch die anderen Namen verwenden und verändern und kann das Betriebssystem dann entsprechend hier aussuchen. Fazit ist, so ein Multiboot System ist sehr praktisch, ist auch sehr einfach zu erstellen. Da braucht man überhaupt keine extra Software. Ganz wichtig, man muss da erst das älteste Betriebssystem installieren, dann das zweitälteste und dann das neueste. Oder wenn man nur zwei hat, dann eben zuerst das älteste, dann das neueste. Und das geht mit verschiedenen Systemen. Jedes System sollte seine eigene Partition haben, anders geht das eben nicht. Und dann kriegt man hier dieses Menü. Das Menü selber ist von Windows 10. Also wenn ihr Windows 10 nicht installiert, sondern nur Windows 7, dann habt ihr ein Menü mit einem schwarzen Hintergrund, wie man das ja auch kurzzeitig hier gesehen hat. Und das kann man auf jeder Festplatte installieren oder SSD. Wobei hier bei diesem PC, wenn ich das umstecke auf die SSD, der PC erkennbar schneller ist. Gerade bei Windows 10, da hat es den Faktor 3 eigentlich und die Platte hier, die bremst das System natürlich ganz schön aus. So ein Multiboot System ist wirklich äußerst praktisch, wenn man alte Software hat, alte Spiele und die nicht wegwerfen will. Zum Beispiel die hier, die laufen unter Windows XP, dann auch noch hier unter Windows ME. Aber das hat ja jetzt wirklich kaum noch einer. Aber unter Windows 7 laufen die zum Beispiel gar nicht. Das gilt natürlich auch für viele Business Software. Oder wenn man alten Scanner hat, viele Scannertreiber laufen nicht mehr unter Windows 7 oder unter Windows 10. Dann hat man einen 300 Euro Scanner da stehen, der zum Beispiel Dias scannen kann. Und der Hersteller, der unterstützt die neuen Betriebssysteme nicht mehr, bietet da keine Treiber an. Und da eignet sich halt so ein PC aus der Zeit zwischen 2005 und vielleicht so 2013, 2014. Da läuft Windows XP meistens noch drauf und oder eben alternativ auch Windows 7. Das Problem, das verschiebt sich natürlich einfach in der Zeit. Also in fünf Jahren spätestens, wenn ihr das Video sehen solltet, dann ist Windows 7 das alte Betriebssystem. Und dann gibt es vielleicht keine Treiber mehr für das nachfolgende Betriebssystem. Also Windows 10 oder wenn da irgendwas hinterher kommt. Diese Multiboot-Systeme oder bei zwei Betriebssystemen Dualboot-Systeme, die helfen natürlich irgendwo auch ein bisschen Elektroschrott zu vermeiden. Irgendwo hat jeder einen älteren Rechner und ein älteres Notebook noch in der Ecke stehen oder im Regal liegen. Und das kann man auch wieder ein bisschen flott kriegen, kann es wieder benutzen für solche Sachen dann. Und wenn ihr zum Beispiel irgendwelche alten Spiele spielen wollt, wobei alt natürlich alles ist, was älter ist als fünf Jahre, das geht ja ruckzuck. Dann kann man die sich entweder neu kaufen, zum Beispiel für Steam oder ähnliches. Oder man kauft die sich einfach auf CD wie hier drüben für zwei, drei Euro. Das ist meist billiger als die nochmal online neu zu kaufen und kann die dann physikalisch eben auf dem alten PC auch wieder spielen. Wenn ihr noch Fragen habt zu diesem Thema, dann schreibt die unten in die Kommentare rein, da antworte ich gerne drauf. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einfach einen Daumen hoch, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und schaut mal unten in die YouTube Videobeschreibung. Da findet ihr noch weitere Tipps und Tricks und Links zu Software, zu gebrauchter Software und zu anderen Teilen und noch weitere Links zu Videos auf diesem Kanal. Besucht doch einfach mal die Seite tooltime.de, da findet ihr noch hunderte weitere Videos, Beiträge, Bilder, Infos, Beschreibungen, Tipps und Tricks. Da findet ihr neben diese Quicklink-Leiste, da könnt ihr euch Programme runterladen, CPU-Z, GPU-Z, den Media Player, dann den Firefox oder Google Chrome oder den Hardware-Monitor. Das ladet ihr euch direkt runter auf der Seite vom Hersteller und hier findet ihr noch hunderte andere Beiträge, PC-Technik über Monitore, Handys, Notebooks, wie man die repariert, weitere Tipps und Tricks zu Windows 10. Und auch hier drüben könnt ihr draufklicken, da seht ihr wann und wo der nächste Livestream ist auf YouTube oder auf Twitch und um was es da geht. Hier blende ich noch ein paar andere Videos ein auf dem YouTube-Kanal, da seht ihr dann wie man Notebooks auseinanderbaut, repariert, wie man Windows 10 installiert, Festplatten klont auf SSDs oder Windows 10 Probleme behebt. Da seht ihr wie man andere Drucker auseinanderbaut, Druckköpfe reinigt und instandsetzt von Canon, Brother und so weiter. Schaut euch einfach mal um auf dem YouTube-Kanal, da sind auch noch jede Menge Videos für euch.